Hey Leute, was geht ab? Hier ist wir, euer Lil Blast mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar, wir gucken uns heute dieses Musikkonzert in Creative an. Ich habe aber, nur damit ihr Bescheid wisst, ich habe den Sprachschritt ausgeschaltet. Weil das Ding ist, ich will da keine Leute sprechen hören, weil ansonsten müsste ich die auch noch fragen, ob das okay sei, wenn wir, ob die mit im Video sein dürfen und so weiter. Und sowieso, wer ein Musikkonzert ist, ist einfach so laut, dass du wahrscheinlich eh nichts hören wirst. Aber wenn ihr auf jeden Fall nichts mehr verpassen wollt, Leute, gerne A-O-Button und Glocke aktivieren, um nichts dazu verpassen, würde mich freuen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, Leute, würde mich immer so freuen. Und dann würde ich sagen, gehen wir eigentlich direkt rein, ja. Ne? Ah, Season 6, Ende. Beste Zeit gewesen einfach. Ich würde einfach an manche Sachen wieder zurück wollen, um sie nochmal neu zu erleben. Das wäre so geil. Ey, da hat jemand schon einen Biegsskinn, das ist gemein. Voll verpackt, Mann! Ich weiß aber nicht, ob das Konzert Copyright ist, deswegen werde ich stehen. Sonst werde ich die Töne wahrscheinlich stummen müssen. Es wird so viel Nachbearbeitung brauchen, oh Gott. Ist okay, wir müssen wir nicht runterladen. So, aber damit ich hier, damit ihr was zu einem Konzert mitkriegt, stumm ich das jetzt hier mal. LOL Das war's, das war's, das war's, das war's. Oh, Mann, das ist rein so laut, Alter. Das war's. Oh my god, see you lots. Hey everyone, it's a great day. Thank you. 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 Oh, wait. Vielen Dank. 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 Bye. Thank you. Ich brauche noch eine zweite. Hey, abzocke! Ich brauche noch eine zweite Münze. Wo ist die zweite? Dann muss ich mir dazu das Konzert 2x1. So. Das haben wir Konzerten. Das heißt, ich muss das Konzert nochmal ablaufen lassen, damit ich überhaupt weiterkommen. Boah. Bies. Das mache ich aber, glaube ich, morgen. Nicht mehr heute. So, gut, Leute. Das war jetzt ein sehr geiles Konzert gewesen, muss ich sagen. Ich glaube, ich beende das Video auch an der Stelle, weil ich wollte mir eigentlich mit euch nur das Konzert reinziehen. Hey, ich wurde beschenkt. Gibt's was? Hey, was? Hä? Lala, warte! Was ist hier los, hä? Oh mein Gott. Okay, Leute. Let's go. Hau mal rein. Okay. Okay. Ja, das war, das war dieses, äh, das war dieses Spray jetzt gewesen. Das haben die mir geschenkt. Okay, krass. Was habe ich jetzt von Epic Games gekriegt? Okay. Wie lange ist das Konzert noch verfügbar? Einen Tag und sieben Stunden. Das heißt, bis morgen. Okay, dann passt es. Ja, gut, Leute. Dann würde ich das Video auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat's wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, auch wenn euch das Konzert gefallen hat. Und war wirklich geil gewesen, muss ich sagen. Hat wirklich Spaß gemacht. War wieder konzert sich anzuhören von Fortnite. Mal gucken, ob die dieses Jahr auch wieder was Geiles reinbringen. Bin ich sehr gespannt. Äh, ja. Und gerne einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst, ihr habt die Kommentare immer geil durch. Und dann würde ich sagen, euch noch allen ein wunderschön restliches Wochenende, Leute. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye. Bye.